Das Unternehmen Edecker Brandt hier in Hemsbach möchte heute seinen Kunden mitteilen, wie wichtig sie im Sinn sind, was einen Stellenwert sie haben. Denn frisch gerösteter Kaffee, das ist wie Brot vom Bäcker. Wir von Kaffee Amaro freuen uns hier, heute dabei zu sein. Kaffee Amaro steht für Qualität und Frische, was mit der Philosophie von Edecker Brandt absolut übereinstimmt. Wir von Kaffee Amaro aus Mannheim stehen heute hier im Edecker Brandt und transportieren Gefühle, indem wir für die Edecker Kunden frisch auf der Ladenfläche rösten. Wir von Kaffee Amaro Kaffee Amaro Kaffee Amaro Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.